Die Universitas Estropolitana in Pressburg war die erste Universität, die auf dem Gebiet der heutigen Slowakei gegründet wurde. Als heutige Nachfolgeeinrichtung gilt die Comenius Universität Bratislava. Das Wort Estropolitana ist von Estropolis abgeleitet, der gräzisierenden Bezeichnung für Bratislava. Die Gründung erfolgte im Jahr 1465 durch Papst Paul II. im Auftrag des ungarischen Königs Matthias Covinus. Es handelte sich um die einzige Universität des damaligen Königreichs Ungarn. Zahlreiche bekannte Dozenten aus Österreich, Italien und Polen lehrten an der Universität, darunter Gelor Tomazio und Johann Vites. Die Universität wurde 1490 nach Covinus totgeschlossen, da die Finanzierung ausblieb. Das Universitätsgebäude im Renaissance-Stil existiert noch heute und beherbergt die Hochschule für Musikische Künste.